Die Wahrheit ist... ...es ist einsam an der Spitze. Onkel Ted! Das ist meine Kleine! Juhu! Mein kleiner Bruder Ted. Er interessiert sich bloß für seine Arbeit. Aber er vergisst nie zu besonderen Anlässen, unangemessen großzügige Geschenke zu schicken. Onkel Ted ist der Beste! Gute Nacht, Onkel Ted. Ich hoffe, ich werde später genauso erfolgreich wie du. Gute Nacht, Tabitha. Findest du nicht, ich bin langsam ein bisschen zu alt dafür? Okay. Ich habe Angst, dass Tabitha und ich uns auseinanderleben. So wie mein Bruder und ich. Aber die Zeit lässt sich eben nicht zurückdrehen. Hille, Palle, Takofalle, meine Herren. Sie können sprechen. Ohne Ende. Diese magische Milch verschafft eurer Kindheit eine zweite Chance. Meine Smartphone! Ich bin besser mit diesen Dingen. Und was für Dinge sind das? 80er Jahre Frisur? Mit alle! Die Kindheit bleibt dann nicht für immer, aber die Familie schon. Können wir endlich mal loslegen? Ich vermisse meine Zähne. Was stresst dich so wahnsinnig? Mein Dad. Er ist dir peinlich, oder? Nein, das ist es nicht. Ich will einfach nur, dass er stolz auf mich ist. Alles, was Tim gemacht hat, wollte Teddy auch tun. Sie waren beste Freunde. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, bin ich da. Und du und ich, wir werden Brüder sein. Für immer. Da will ich direkt ein trauriges Gesicht aufsetzen. Die Milch wirkt auf nur 48 Stunden. Die Zeit läuft. Wir halten immer zusammen. Das machen Familien so. Wer spielt mit mir Gefängnisausbruch? Auf mein Signal lasst ihr die Hölle los. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist die Silbe Miss. Raufi! Ich muss da raufi! Wir haben's geschafft. Ja, haben wir. Mit wir meine ich mich und das Pony. Oh. Oh! Ichet!